Ja Leute, willkommen zu dem Video, eine kleine Ankündigung für euch, denn heute Abend um 21 Uhr ein Splatoon 2 Turnier start, was ihr zusammen mit dem Destructor organisiert habt, wobei eher Destructor, das wir jetzt halt ausführen. Genau, und wir sind jetzt da, um euch so ein paar die wichtigsten Fakten zu sagen, fangen wir einfach mal an, Destructor. Also es wird sich auf ein 2 vs 2 Turnier hinauslaufen, es wird Radia Battle Tour & Tour gespielt, wir werden wahrscheinlich so ungefähr um die 8 Teams teilnehmen lassen, so Minimum, also so 16 Teilnehmer Maximum, hätte ich tatsächlich erstmal auf 64, was ich eigentlich für relativ unwahrscheinlich halte. Dann habe ich noch eine ziemlich wichtige Info, nämlich wer in einem Kampf disconnected, der hat selber Pech, der allerdings, wenn es zu einem eventuellen nächsten Kampf kommt, jetzt irgendwie zum Beispiel, es steht gerade, also es kommt gerade zu einem 1 vs 1, dann kommt der Spieler natürlich wieder in die Lobby rein. Zusätzlich sind auch noch bestimmte Waffen verboten, zum Beispiel alle Tonikenser Waffen der 2. Welle, also der Dyna-Roller, der Luna Blaster, der Profi-Klexer und der Trommelschwapper von Tonikenser, dann der Wandschwapper wird noch verboten sein, die Airbrush Waffen und die Helden Waffen. Jedes Team sollte sich am besten, zumindest ein Teilnehmer, bei mir per Discord DM melden und ganz wichtig, wenn in Zukunft nochmal ein Tour & Tour Turnier von uns geplant werden sollte, Betonung auf sollte, sind die 2, die das Finale dieses Turniers gewinnen, automatisch dazu verpflichtet, im nächsten Turnier ein King-Finale zu geben. Also sozusagen, die Gewinner des letzten Turniers gegen die Gewinner des, in diesem Falle, zukünftigen Turniers. Und das wäre eigentlich auch schon so gut wie alles. Genau, wie gesagt, das Turnier startet morgen, 1, 2, äh, heute, 1.21 Uhr, wenn ich viel zu sehen, das ist heute, also Samstag, 27.20 Uhr. Wir produzieren das jetzt einen Tag vor. So hielt's aus, ist so Twilight, ne? Joa, und dann, Open Ende geht das dann heute Abend so lang, bis halt das vorbei ist. Und es wird für die Gewinner auch einen Preis kleben, sag ich mal, den ich bis morgen noch organisiert bekommen. Müsst man noch nicht verraten, was es ist, aber es wird was Cooles sein. Der Preis, der auf die Gewinner wartet. Genau, dann, glaube ich, war's noch soweit. Ich glaube, wir haben alles richtig gesagt. Von mir aus auch. Und dann, ja, würde mich freuen, wenn ihr heute Abend dabei seid. 1, 2, wie gesagt, gleich im Kalenderfett anstreißen. Also Leute, macht's gut, bis später und ciao. Ciao.